Aqualpina bietet Trinkwasserlösungen an, zum Beispiel Alpenwasserwasserspender oder Festwasserspender, die an die Hauswasserleitung angeschlossen werden. Das Schönste im Unternehmen ist für mich eigentlich die Familie Aqualpina, dass wir wirklich eine Familie zusammen sind, dass man sich hier wohlfühlt, dass man auch seine persönlichen Stärken hier einbringen kann und dass man hier wertgeschätzt wird. Das Schönste für mich bei Aqualpina ist, dass es hier wirklich so ist, dass du als Mensch betrachtet wirst, dass du mit jedem, wer du bist. Dieses Klima ist einfach toll da, wie eine kleine Familie. Ich bin im Telesales-Team, bin für die Kundenbetreuung und die Neukundengewinnung zuständig. Wir arbeiten auch teamübergreifend mit den anderen Abteilungen zusammen. In der Firma hat man sehr gute Karrierechancen, kommt immer aufs persönliche Interesse an, war es einen interessiert, man wird auch selber gut wahrgenommen von den Vorgesetzten und in der persönlichen Entwicklung hier auch sehr unterstützt. Mein Vorgesetzter hat hier genauso als Fahrer begonnen, die ist jetzt Manager. Also natürlich, wenn man sich bemüht, wenn man sein Bestes gibt, es gibt Aufstiegschancen, es gibt auch viele verschiedene Bereiche, in denen man sich weiterentwickeln kann. Ich habe im Telesales-Team begonnen und bin jetzt die Stellvertretung von meinem Chef und bin auch fürs Team zuständig, wenn er mal nicht da ist oder Teamgespräche führen. Wir können auch viel einbringen selber. Wir haben hier einen sehr modernen Arbeitsplatz, wir haben einen guten Kontakt zu den Kollegen und eine gute Work-Life-Balance, würde man sagen. Es sind sehr flexible Arbeitszeiten. Für mich als Mutter ist es sehr wichtig, einfach für die Kinder auch da zu sein. Und das ist hier gegeben. Ich kann mir die Zeit frei einteilen. Die Aqualpina schaut auf ihre Mitarbeiter, bietet Kaffee und Obstkörbe an. Sonst natürlich Wasser, so viel man gerne möchte. Das gibt es auch im Haus. Wir haben alle einen Wasserspender zu Hause natürlich. Die kriegen wir sehr kostengünstig und können uns dann auch selber das Wasser mit nach Hause nehmen. Die Aqualpina ist ein sehr dynamisches Unternehmen. Wir haben uns gerade in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Wir sind Teil eines internationalen Konzerns geworden und haben auch hier die Möglichkeit, uns persönlich in unserer fachlichen Richtung auch weiterzuentwickeln. Ich will die Menschheit mit ausreichend Trinkwasser versorgen. Wasser ist das Lebenselixier. Wir bieten meiner Meinung nach natürlich das beste Wasser an und wollen natürlich aber auch die Umwelt schützen. Aqualpina ist für mich ein schöner Arbeitsplatz mit netten Kollegen. Aqualpina steht für Nachhaltigkeit, Familie und Teamwork.